Metamask hat eine neue Mastercard-Debitkarte eingeführt, die direktes Bezahlen aus der Crypto-Wallet ermöglicht. Dies beschleunigt die Krypto-Adoption erheblich und bringt eine Weltneuheit in die Zahlungsbranche. Nutzer können ihre Kryptowährungen für tägliche Einkäufe in Fiat-Währungen wie Euro verwenden, wo Mastercard akzeptiert wird. Die Karte wird zunächst in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich im Rahmen eines Pilotprojekts eingeführt. Nutzer müssen ihre Kryptos im Linear-Netzwerk halten und können ihre Private Keys weiter selbst verwahren. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal und schau dir das nächste Video an.